Nicht was der Tod ist, sondern was Tod ist, wie, wozu. Gestern über den Dokumentarfilm über den Schönsten aller Männer, der den Tacho spielt in der Verfilmung von Thomas Mann, Tod in Venedig, heißt die Endsequenz, blickt man in die Augen des Schönen oder des Schönsten, blickt man dem Tod ins Auge.